Hallihallo liebe Motorsport Freunde und herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport 5 hier auf dem Pixelhelden Kanal mit mir, dem Ray. Ja, was sehen wir hier schönes, ein Audi RS5. Ja, wie ich finde, ein ganz ganz cooles Fahrzeug. Zwar nicht billig zu haben, aber sehr sehr cool, überhaupt die A5-Reihe. Gefällt mir von Audi eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut. Ja, um was geht's heute? Ja, es geht um das Race-Format, das interaktive Format, bei dem du gegen mich und die ganze Community antreten kannst im Rivalenmodus, das heißt quasi Zeitrennen. Und ja, diesmal kam das Event von mir persönlich. Ich selber habe das vorgeschlagen, weil keiner von euch ein neues erstellt hat und ich sowieso mal auch ein eigenes reinwerfen wollte, weil das hat einen ganz bestimmten Grund, auch eben mit diesem Audi und dann auch mit der Strecke, die gleich kommt. Aber bevor wir zum aktuellen Event springen, gucken wir uns erstmal noch den letzten Sieger an. Wie ging überhaupt das letzte Event aus? Und da gehen wir kurz in den Rivalenmodus und gehen in die B-Klasse, da waren wir unterwegs. Und wir waren oder sind gefahren den Prag-Circuit, den ganz kompletten, den Prag-Full. Und dann gucken wir uns mal die besten Liste an. Und dann gehen wir mal auf die Freundesliste. Und da sehen wir dann auch schon das Endergebnis, beziehungsweise wir müssen uns auf die Nissan 370Z beschränken. Ja, diesmal habe ich gewonnen mit einer 2-1-2-5-9. Dich gefolgt mit 6 Zehntel hintendran der Peter AQS, der auch dieses Event ins Leben gerufen hat, mit einer 2-1-8-9, habe ich schon gesagt, egal. Dann weiter mitgemacht hat noch der Forza Creeper mit einer 2-6-4-3-5. Dann sehe ich noch den Paddy Patzen, auch ein neuer Name, grüß dich. Schön, dass du mitgemacht hast, mit einer 2-10-4-7-4. Dann weiter unten noch der Mr. Magellar mit einer 2-12-5-0-1. Und ansonsten kommt da noch mal ein 370Z. Ja, da ist noch mal einer der Let's Freaky, eine 2-23-4-6-7. Hat noch jemand vielleicht eine ungültige Zeit gesetzt. Mal gucken, ob es da noch irgendwo ein 370Z gibt. Nö, doch. Ah, da, der letzte, der Lucat-Kraft. Da hat noch mit einer 3-35-3-9 leider unsauber noch eine Zeit gesetzt. Ja, vielen Dank fürs Teilnehmen. Freut mich immer, wenn wieder neue Leute und auch alte Leute mit dabei sind. Diesmal muss man sagen, war das Event da auf Prag sehr, sehr anspruchsvoll. Nicht nur der Nissan war, doch, der war schon geil zu fahren, aber die Strecke, die Kombination und alles war schon, finde ich, sehr, sehr hohes Niveau. Sehr, sehr anspruchsvoll. Wenn ihr jetzt auch seht, wir sind hier mit dem Nissan 370Z, beziehungsweise meiner eine, auf Position 231 der Weltrangliste gegangen. Jetzt gucken wir mal, wie groß die Weltrangliste ist. Ja, ihr seht schon, 1,2 Millionen Leute, grob gerundet, also 1.264.341 Spieler gibt es, die eine Zeit gelistet haben auf dieser Strecke. Ja, und ich befinde mich tatsächlich hier unter der Top 231, also auf Platz 231 und auch der Peter mit Platz 355 oder Forza Creeper mit 2600. Und überhaupt alle sind relativ weit vorne, wenn man überlegt, das ist schon krass, so eine Zahl, wenn man das vergleicht. Das ist schon Wahnsinn. Ja, und dass man mit dem Nissan 370Z so weit vorgekommen ist, ist auch aller Ehren wert, weil ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal geguckt, hier in den Höchstpunktzahlen alle Autos durchgeguckt und es ist tatsächlich so, dass ich mit dieser Zeit der Beste ist, der mit dem Nissan 370Z gefahren ist. Alle anderen sind hier andere Fahrzeuge gefahren, die halt für die Strecke etwas besser sind. Ja, und wenn man mal guckt, für das, dass die Autos da perfekt für die Strecke sind, liegen die Zeiten dann, finde ich, nicht so weit aus. Und nein, ich meine, das sind jetzt knapp 5 Sekunden und 5 Sekunden mit einem anderen Auto, was für die Strecke viel, viel besser passt. Ja, das macht schon viel, 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 viel aus. Und ja, von dem her kann man absolut zufrieden sein und sieht man auch mal, wie hoch das Niveau hier mittlerweile ist. Ist echt der Wahnsinn. Aber ja, das soll niemand abschrecken. Und warum das niemand abschrecken soll, da kommen wir heute in diesem speziellen Race-Format dazu. Aber ich würde sagen, bevor wir das neue Format starten, bevor ich da drauf eingehe, gucken wir doch uns mal diese Runde von mir an. Man hat ja die Möglichkeit, hier in Forza 5 immerhin diese Top-Zeit nochmal anzugucken, diese Aufzeichnung anziehen. Jawohl, das werden wir tun. Und deswegen gucken wir uns das mal kurz an. Und ja, gucken wir mal, wie ich gefahren bin. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, der es auch versucht hat, was da bei ihm vielleicht gefehlt hat. Oder erkennt sonst irgendwas oder wie auch immer. Einfach auch der Ehrenhalber. Also wenn ich jetzt nicht gewonnen hätte, sondern der Peter zum Beispiel, hätte ich auch natürlich Peters Runde gezeigt. Das ist klar. Bei Forza Horizon 2, das Race-Format, was dort läuft, auch zur Erwähnung. Es gibt zwei Race-Format. Einmal hier in Forza Modusport 5 und einmal in Forza Horizon 2. Und eben bei Horizon 2 kann ich leider nicht diese Runde zeigen. Da gibt es keine Aufzeichnung dafür. Leider, leider. So, da sehen wir es. Gehen wir mal auf eine andere Kamera. Vielleicht in die Cockpit-Sicht. Die ist eigentlich die interessanteste. Da sehen wir, wie ich hier durch die erste Kurve fahre. Ja, ganz, ganz eng wollte ich das fahren. Und das war auch ein gutes Mittel, hier schnell durchzukommen. Und ja, ihr merkt schon, auch am Schalten immer hier kurz vor dem Drehzahlbegrenzer. Das hört man hier richtig, richtig deutlich. Also das Niveau war schon richtig hoch. Und ich muss auch sagen, auch Großlob an Peter. Mit dem habe ich mich nämlich so, zu sagen, ein bisschen gebettelt. Ich habe ja am Anfang von der Folge eine Zeit gelegt. Dann hat er gleich eine nachgelegt. Dann habe ich wieder eine vorgelegt. Dann hat er wieder eine hingelegt. Und dann habe ich die schlussendlich diese Zeit noch hingelegt. Und ja, wie gesagt, das Niveau sehr, sehr hoch. Ich muss sagen, die Runde, die ich gefahren bin, ist für meine Verhältnisse, muss ich sagen, nahezu perfekt. Also es sind so ein paar Sachen, wo ich sage, da könnte man noch ein bisschen rausholen. Aber ich schätze mal so zwei Zehntel, maximal drei Zehntel mehr ist da mit dem 370Z. Für meine Verhältnisse nicht mehr drin. Also höher könnte ich es nicht mehr setzen, das Niveau von meiner Seite aus. Und ich bin jemand, der eigentlich meinen Fahrstil und meinen Fahren immer sehr, sehr genau und akribisch analysiert, wenn es darum geht, schneller zu werden. Das habe ich ja damals, zu der Zeit, als ich noch in der Liga unterwegs war, immer gemacht und so. Mich versucht immer zu pushen, besser zu werden. Und ich muss sagen, also die Runde hier, die war schon nahezu für meine Verhältnisse perfekt. Also viel mehr ging da mit dem 370Z nicht mehr. Was man auch da erwähnen muss dazu, das Setup, was ich hier gefahren habe, war auch tatsächlich das Setup, was ich auch in der Folge gefahren bin, als ich es hier versucht habe und auch freigegeben habe. Das war das Setup, was tatsächlich jeder verwenden konnte. Das heißt, ich habe da nicht mehr dran rumgeschraubt. Das ist tatsächlich dieses Setup. Und da seht ihr mal, dass diese 10-15 Minuten Setups, die ich da manchmal erstelle, gar nicht so schlecht sein können. Das ist an dieser Stelle. Ja, und da geht es auch schon über Start-Ziel gleich. Und das war dann auch die schnelle Runde. So, jetzt ladet das wahrscheinlich gleich wieder neu. Genau, das ist immer ein bisschen blöd. Deswegen kann ich erst jetzt rausspringen. Genau. Ja, das war die Runde für das letzte Race-Format. Jetzt kommen wir aber zum neuen Format, welches ich mir ja auch erlaubt habe zu erstellen. Das hat ganz bestimmte Gründe. Und zwar, weil das Niveau jetzt diesmal so hoch war. Und ich denke mal, das hat auch vielleicht viele abgeschreckt, die sind ein, zwei Runden gefahren und haben gemerkt, boah, ey, ich komme ja niemals an solche Zeiten ran. Habe ich mir jetzt was ganz, ganz Besonderes überlegt heute. Und zwar, ja, jeder hat mal irgendwo angefangen, sich irgendwie online zu messen, ob das jetzt ein Multiplayer-Rennen ist, ob das Zeitrennen ist, ob das dann direkt in der Liga ist oder sonst was. Und ja, ich erzähle euch einfach mal kurz meine Anfänge. Ich habe tatsächlich mit Forza Motorsport 3, also ich habe Forza Motorsport 2 schon gespielt, aber bei Forza Motorsport 3 bin ich erst in so den Online-Modus gegangen. Habe überhaupt erst mal das Fahren gelernt, so richtig. Und ja, ich habe mir eigentlich so ziemlich alles selber beigebracht. Und das heißt Tuning, Rennfahren, alles so ziemlich. Und die Anfänge habe ich tatsächlich damals gemacht, indem ich Multiplayer-Rennen gefahren bin, auf damals der A-Klasse. Ja, heute sind wir auch wieder in der A-Klasse unterwegs, so viel dazu. Aber da bin ich damals den S5 gefahren, also hier den kleineren Bruder sozusagen vom RS5, die kleinere Ausbaustufe. Den S5 bin ich damals gefahren und mit dem habe ich so das Fahren gelernt. Damit habe ich viele Sachen kennengelernt. Und ja, ich habe heute zwei Setups vorbereitet. Einmal ein Setup, was mehr auf Speed ausgelegt ist. Einmal ein Setup, was mehr auf Grip ausgelegt ist. Das Lustige ist, auf der Strecke, auf der wir heute unterwegs sind, ist eigentlich Speed das bessere Mittel. Allerdings sehr, sehr lustig ist, man kann mit beiden Setups ungefähr gleiche Zeiten fahren. Also zumindest in der Vorderfolge, wo ich das getestet habe, war das so. Es könnte jetzt sein, dass ich in der Folge das natürlich jetzt nicht so ist. Aber wir werden heute mal mit zwei Setups unseren Rivalenmodus probieren. Das erste Setup seht ihr hier schon, oder man könnte es sehen, ist jetzt das Speed-Setup. Hier keine zusätzlichen Flügel oder irgendwas dran. Also hier sehr, sehr windschnittig alles gehalten mit dem RS5. Und ja, der RS5 fährt sich tatsächlich sehr, sehr ähnlich zu dem S5, den ich damals gefahren habe. Ich habe halt hier deutlich weniger Motor gemacht, wie ich damals bei meinem S5 gemacht habe. Aber sie fahren sich sehr, sehr ähnlich. Und ich finde, für den Einstieg ist das super. Also gerade an alle Leute da draußen, die sagen, okay, komm, ich will jetzt auch mal ein bisschen besser lernen zu fahren. Ja, guck heute ein bisschen zu. Ich werde ein paar Tipps geben, die ich von meiner Seite aus rauswerfen kann. Und ja, wenn ihr das beherziget, ich glaube, dann werdet ihr nicht nur an diesem Race-Format viel Spaß haben, sondern ihr werdet auch euch vielleicht ein bisschen steigern können. Wenn auch der Anfang vielleicht ein bisschen hakelig ist, aber ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, ja, heute was zu reisen. Und ja, wo fahren wir überhaupt? Wir fahren in Road America. Road America ist auch ein ganz besonderer Grund, warum ich Road America auch gewählt habe, weil genau auf dieser Strecke habe ich auch sehr, sehr viele Testrunden damals gemacht, viel, viel geübt. Und ich finde auch einfach, das ist eine Strecke, die ist sehr einsteigerfreundlich, weil, kurz zur Erklärung, Road America hat keine Kombinationskurven. Was ist denn jetzt eine Kombinationskurve? Damit meine ich, du hast keine Kurve, wo, ja, die eine Kurve in die nächste führt, sondern jede Kurve, die du hier hast, kann man einzeln anfahren. Das heißt, wenn du eine Kurve verkackst, dann ist nicht automatisch die zweite Kurve danach auch verkackt, sondern man kann wirklich hier schön jede Kurve einzeln fahren. Das sind alles so mehr oder weniger 90 Grad Kurven. Wäre jetzt perfekt für einen Porsche übrigens, aber das nochmal am Rande erwähnt. Ja, und genau, das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Deswegen Road America, sehr einsteigerfreundliche Strecke, sehr cooles Fahrzeug heute. Wir wählen den auch mal, jetzt den RS5 Coupé mit diesem Setup und gucken wir mal, was für eine Zeit ich fahren kann. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau, der RS5 mit Allrad betrieben, das heißt sehr, sehr einfach zu fahren. Ähm, und ja, das war es eigentlich im Groben und Großen und Ganzen. Ich werde jetzt nochmal gleich ein paar Punkte sagen, paar Tipps euch geben, auf was ihr vielleicht, wenn ihr jetzt sagen wollt, okay, ich möchte jetzt auch ein bisschen besser werden in Forza und möchte vielleicht die Tipps von mir anhören, dann werde ich die euch jetzt mal erzählen. Ähm, wie gesagt, ich habe ja echt schon viele Erfahrungen, was Forza betrifft und da fühle ich mich auch sicher euch oder stark genug euch Tipps geben zu dürfen. So, in den besten Listen, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen das Problem, weil ich glaube, die Zeit, die hier steht, die kann ich gar nicht schlagen. Was bin ich denn da gefahren? Weil in den Testrunden bin ich nicht so schnell gefahren. Ästen mal den DBS, okay, der ist halt ziemlich krass auf A700. Also eine 214, 193, wenn wir die schlagen, dann sind wir richtig, richtig stark. Aber ich glaube, die schlagen wir nicht mit dem Audi. Es geht aber diesmal in diesem Race Format auch mehr darum, äh, was für, ähm, ja, das besser kennenzulernen. Wenn ihr jetzt tatsächlich auch schon eine bessere Zeit gesetzt habt hier in diesem Event, aber trotzdem teilnehmen möchtet und eure eigene Zeit mit einem anderen Fahrzeug nicht schlagen könnt, dann nehmt doch vielleicht euer Smartphone oder eure Dicicam und macht ein Foto von eurer Zeit mit dem Audi und schickt es uns per E-Mail zu. Die E-Mail-Adresse findet ihr bei uns auf dem Kanal direkt, äh, unter Infos oder weitere Infos, da ist unten irgendwo geschäftliche E-Mail-Adresse verlinkt, ähm, genau, und da einfach dann hinschicken. So, nochmal zu der Info, falls ihr hier in den besten Listen nicht auftaucht. Ähm, ja, zu den Fahrhilfen, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, ähm, bei der Ideallinie. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wo ich bremsen muss oder wo die Bremspunkte sind, dann nutzt hier auch, wie ich es jetzt gerade aktuell drin habe, nur die Bremshilfe. Dann, äh, zeigt es, äh, euch die, die Bremspunkte an. Das ist nicht schlecht für die Leute, wie gesagt, die, äh, die Bremspunkte noch nicht kennen auf der Strecke. Da müsst ihr euch auch nicht schämen. Das habe ich früher auch immer sehr, sehr lang verwendet. Ähm, mittlerweile verwende ich es nicht mehr, weil ich es einfach selber mir die Bremspunkte aneignen möchte. Wie gesagt, ich bin da auch noch in einer Experimentierphase, weil es von Auto zu Auto, Strecke zu Strecke immer unterschiedlich ist. Ähm, genau, dann weiterer Punkt, was ich euch einfach mal als Tipp geben würde, ist, versucht mal ohne ABS zu bremsen. Ich werde es euch heute mal erklären, wie man ohne ABS bremsen kann. Äh, wenn ihr mit Controller unterwegs seid, äh, fährt auf normal. Nicht Simulation. Simulation, das sollte man nur mit Lenkrad machen, ähm, mit Controller auf normal. Traktion und Stabilitätskontrolle auf jeden Fall aus. Wir fahren heute ein Allradfahrzeug, somit erübrigt sich das definitiv. Das bremst euch noch aus, diese Traktion. Bei der Schaltung, versucht mal mit, äh, äh, der Handschaltung zu schalten. Also legt euch hoch- und runterschalten auf eine Taste. Für die Fortgeschrittenen unter euch könnt ihr dann mit Kupplung, aber das müsst ihr nicht. Das mache jetzt ich. Ihr könnt, äh, mit der normalen Handschaltung schalten. Genau. Und so übernehmt ihr das einfach mal, mehr oder weniger. Also das, was ich euch jetzt gesagt habe. Und wir legen jetzt einfach mal los. Wir haben schon viel Zeit geblabert und sind noch gar nicht gefahren. Deswegen muss ich mich beeilen, wenn ich noch mit dem anderen Setup unterwegs sein möchte. Möchte euch aber, ähm, gleich mal ein paar Punkte ansprechen. Und zwar, ähm, wir fahren jetzt nicht gleich los, sondern wir gehen jetzt auch kurz vielleicht mal in die Außensicht. Ähm, ganz, ganz, ganz wichtig ist beim Bremsen ohne ABS. Das ist das, was ich euch mal vielleicht ein bisschen erklären möchte. Und zwar, wenn ihr hier fährt und ihr wollt bremsen und ihr macht natürlich so, wie ihr es bei ABS kennt, eine Vollbremsung, dann blockieren die Räder. Das seht ihr auch hier. Also die blockieren hier voll ab. So. Ähm, ja, was macht ABS? Oder wer schon mal im Auto gesessen ist, wo es da so hart gebremst hat, hat man ja immer so, so ein Stockern gehört, ne? Also man nennt das ja auch so Stotterbremse, ne? So hier. Funktioniert auch irgendwie. Aber ihr seht es auch hier an den Reifenspuren. Da habt ihr so immer so kurze Abstände, wo ihr auch so kurz stehende Räder habt. Ja, und das ist, wenn ihr, ja, entsprechende Reifenabnutzung habt, dann macht ihr ganz viele Blattfüße drauf und das ist auch nicht so effektiv. So, wie kann man das denn machen, dass man bei, äh, ohne ABS gut bremst? Ja, indem man einfach das Bremspedal nicht so stark durchdrückt. Ihr habt die Möglichkeit, gerade bei Forsa 5 durch die, äh, vibrierenden Trigger-Tasten genau zu spüren, ab wann, äh, die Reifen blockieren. Also sobald das Ding anfängt, stärker zu vibrieren, dann müsst ihr etwas zurückgehen. Wenn, äh, wenn, wenn, wenn ihr noch nichts spürt, könnt ihr immer so stärker drücken. Im Normalfall, im Idealfall ist es so, dass ihr, wenn ihr die Bremsen richtig eingestellt habt, dass ihr so ungefähr bei 80, 90 Prozent durchdrückt und dann immer stärker durchdrücken könnt. Bis so 95 Prozent. 100 Prozent nie durchdrücken. Also wenn, das kann mal zwar passieren, dass euch der Finger ausrutscht, aber 100 Prozent nie durchdrücken, 100 Prozent bedeutet immer blockierende Räder. Ich kann das euch mal auch demonstrieren. Siehst, also hier ist immer gleich so. Also wenn ihr steht, dann könnt ihr natürlich komplett durchdrücken. Aber das ist einfach der Tipp. Achtet mal auf die Telemetrie. Das rote unten, das rote hier auf der Seite, das geht's hier. Achtet mal da drauf, wie ich da so ein bisschen fähr, ohne ABS. Ähm, genau. Und dann fahren wir jetzt einfach mal. Bremspunkte muss ich jetzt gerade selber nochmal gucken, äh, wo ich hier bremsen muss. Also da einfach mal drauf achten, wie ich so, äh, bremse. Wie ich so das Fahrzeug abbremse. Ich muss jetzt natürlich gucken, muss ich jetzt die Reifen erstmal auf Temperatur kriegen. Das ist natürlich jetzt auch so eine Sache. Aber ihr merkt auch immer gleich, äh, wenn ich hier dann doch außersehen mal auf die 100 Prozent rutsche. Das kann halt immer mal passieren. Dann merkt ihr auch gleich oder hört ihr es gleich, dass die Reifen so ein bisschen quietschen. Das ist immer, wenn der Reifen Stillstand hat. Und normalerweise spürt ihr das absolut an euren Triggern-Tasten. Das ist echt vorteilhaft in Forsa 5, dass es die gibt. Die habe ich damals nicht gehabt in Forsa 3. Ich habe mir das alles, äh, nach Gefühl, äh, angeeignet. Und, äh, das könnt ihr halt wirklich einfach mal ein bisschen üben. Einfach mal das bremsen ohne ABS. Glaubt mir, ihr habt den, ja, euer Bremsweg ist um einiges kürzer, wenn ihr ohne ABS bremst. Und es macht auch ein bisschen mehr Spaß, weil ihr einfach mehr, äh, ja, nicht oder mehr selber tut und nicht den elektronischen Helfern überlässt. Also das einfach mal auch da dazu. Ja, ohne Traktionskontrolle fahren ist es natürlich auch immer so eine Sache, was viele nicht sich zutrauen. Aber gerade jetzt mit dem Allrad hier kann man sich das schon mal zutrauen. Ähm, da kann man auch echt gut stempeln und da halt auch einfach mal vielleicht ein bisschen auf die Triggertasten versuchen zu hören, wenn die ein bisschen stärker vibrieren. Auch mal vielleicht nicht immer Vollgas geben. Also da ist auf jeden Fall einiges möglich. Ja, dann ist das selber schalten. Das ist vielleicht auch so was, wo viele abschreckt viele vielleicht noch mit Automatik-Schaltung unterwegs. Ähm, hier einfach auch immer gucken, Drehzahl, einfach gucken, wo ist die Drehzahl durch. Dann hochschalten. Und, ähm, ich glaube, das Hochschalten ist auch weniger das Problem. Ich glaube, das Runterschalten haben die meisten das Problem. Hier ist einfach so, ihr bremst und schaltet einen Gang nach dem anderen durch. Manchmal muss man sich auch merken, bei welcher Kurve welchen Gang ich verwenden muss. Äh, oder auf welchen Gang ich zurückschalten muss. Ähm, schaltet da auch nicht zu schnell runter. Also, wenn ihr da zu schnell runter schaltet, dann geht es ins Getriebe, auf den Motor. Ups, jetzt war ich ein bisschen scheiße. Ähm, sondern guckt mal, dass ihr, dass ihr das auch so ein bisschen übt. Einfach vielleicht auch mal auf der Gerade, äh, beschleunigt. Also das Bremsen üben erstmal, ohne runter zu schalten. Und dann später es einfach mit Runterschalten zu versuchen. Der Vorteil ist, beim manuellen Runterschalten, wenn ihr selber runter schaltet, ähm, dann könnt ihr tatsächlich, äh, die Motorbremse mit benutzen. Und die bremst auch nochmal ordentlich ab. Aber wie gesagt, ihr müsst halt das richtige Timing abwarten. Das ist ein bisschen Übung auf jeden Fall. Mit dem, ähm, mit dem Bremsen. Und mit dem Runterschalten. Aber übt es einfach mal. Einfach üben, üben, üben. Und jetzt hier auf der Strecke mit dem Fahrzeug habt ihr definitiv, äh, einen guten Spielplatz ist zu üben. Ohne Druck, ohne irgendwas. Also hier kann man das echt sehr, sehr gut üben. Hier gibt es viele Kurven, die man echt anbremsen muss. Verschiedene Kurven, die man anbremsen muss. Mal nur einen Gang runter, mal gar keinen Gangwechsel. Mal hier, wie hier, ein extremerer, äh, Gangwechsel nach unten. Also da ist auf jeden Fall viel möglich. Und ihr seht, uh, da rutsche ich jetzt auch ein bisschen gerade raus. Ein bisschen zu schnell. Aber alles gut kontrollierbar, dank des Allrads. So, der nette Kollege hier vorne mit dem Ruf hat natürlich jetzt das perfekte Fahrzeug. Ein Ruf ist halt, ja, ist ein Porsche-Heckmotor. Das ist halt für die Strecke eigentlich perfekt. Muss man so sagen. Aber, und es geht jetzt nicht. Es geht ein bisschen um den Audi, ein bisschen ums Lernen. Und ich versuche jetzt einfach mal, äh, schnell. Ja, das ist jetzt gerade nicht so einfach hier. Ich bin jetzt gerade nicht so richtig drin. Und ich werde jetzt auch gleich, äh, auch schon das Auto wechseln. Auch wenn das Setup wahrscheinlich hier das Setup ist, was eher eine Top-Zeit hinkriegt. Ist aber auch ein schwierigeres Setup, weil, wie gesagt, es weniger Grip hat. Es ist voll auf Topspeed ausgelegt. Das heißt, man muss die Kurven schon nahezu perfekt fahren, dass man hier, ja, eine Zeit setzt mich. Okay, erst mal neben raus. Super. So. Jetzt müssen wir mal gleich mal gucken. Ich versuche jetzt mal, noch eine Zeit zu setzen mit dem Ding. Die ist jetzt natürlich ungültig. Das war jetzt wirklich richtig scheiße. Und, äh, ich fahre jetzt noch eine Runde schnell. Und dann wechseln wir schnell das Setup. Und das andere Setup ist ein Grip-Setup. Ey, hier rutsche ich auch zu weit raus. Okay, also ihr merkt schon, Road America, da muss ich, glaube ich, auch noch ein bisschen üben. Ne, das Problem war, ich habe jetzt, äh, kurz vor der Folge das Grip-Setup die ganze Zeit gefahren. Ja, und dementsprechend merkt ihr auch, dass ich hier die ganze Zeit rausrutsche. Ähm, ja, ich wechsle einfach jetzt schon mal auf das andere Setup. Ähm, das war jetzt natürlich nichts Besonderes hier. Machen wir mal Rennen beenden. Okay. Ähm, das ist natürlich jetzt keine Zeit. Also die Zeit, die ich hier mit dem Setup gefahren bin, war, glaube ich, in den Training-Session drei, äh, ne, drei sag ich schon, ne, zwei, sechzehn, neun oder sowas. Ähm, also da sind auf jeden Fall auch gute Zeiten möglich. Äh, das Setup werde ich euch jetzt auch freigeben. Das da, also, entschuldigt bitte, dieses schlechte Fast-Field-Grad, das machen wir jetzt gleich besser mit dem Grip-Setup. Und mit dem Grip-Setup werde ich jetzt einfach auch mal die Zeit setzen oder die Startzeit für dieses Event setzen. Ich werde dann auch nochmal später, äh, hier und da mal nochmal eine Zeit setzen. Offscreen dann halt. Aber ich will, äh, oder will euch auf jeden Fall auch die Chancen lassen, hier gute Zeiten zu setzen. So, ich muss jetzt hier mal, glaube ich, ein paar Replays löschen. Sonst, äh, haben wir ein Problem. So, speichern wir das mal ab. Speichert er auch. Und, äh, wunderbar, genau. Und dann gehen wir hier auch raus. Das war natürlich jetzt ein Schuss in den Ofen, sozusagen. Ähm, und jetzt, äh, werde ich mal schnell und schleunigst das Setup wechseln. Und, äh, wie gesagt, mit dem, äh, Setup, wo wir gerade eben unterwegs waren, äh, habe ich eine 16.9 geschafft. Ähm, ja, jetzt gerade eben habe ich gar nichts hingekriegt. Deswegen haben wir jetzt keinen Vergleich zwischen den beiden Setups. Oder ihr seht den Vergleich nicht. Da müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Und mit dem Setup, was ich jetzt mache, da habe ich eine 17.1 geschafft. Also, 2.10 langsamer, was aber fast auf dem selben Niveau liegt. Aber jetzt gucken wir mal, was wir hinkriegen. So, upgraden. Ich lade mal schnell, ähm, das Setup, beziehungsweise ich werde, also hier mal der Unterschied auch zwischen den beiden Setups. Ihr seht's hier, die Leistung ist hier beim Crip-Setup etwas geringer. Ähm, und ihr seht auch, das Handling nimmt extrem zu. Genauso, äh, verliert er aber halt Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit. Also hier, das ist der Unterschied zwischen den beiden Setups. Das war das Setup von gerade eben. Ähm, das werde ich jetzt schnell umbenennen in, nicht in Setup 1, ups, sondern, na gut, dann löscht halt einfach alles. Dann, und zwar in Race 1. Und, äh, werde das jetzt auch noch schnell freigeben, dass ihr euch das auch, äh, oder dass ihr das auch verwenden könnt. Jetzt möchte ich auch hier Road America, wir fahren Road America, Schlüssel, äh, Schlüsselwörter muss man eingeben. Äh, ich mache einfach vom Band und bla, und so. Und jetzt hier Tags, da gebe ich natürlich auch wieder ein Race. So, ich hoffe, das Freigeben funktioniert. Das letzte Mal, als ich ein Setup freigeben wollte, hat's nicht funktioniert. So, wird freigegeben, wunderbar. Ist freigeben. Und jetzt hier das Crip-Setup. Das, äh, werde ich auch schnell umbenennen in Race 2. Und werde das auch mal gleich freigeben für euch. Ähm, hier machen wir auch wieder Road America. So, ich habe noch keine Zeit gesetzt in der Folge. Das ist ein bisschen blöd. Ich muss mich beeilen. Die Folge ist schon fast fertig. Äh, Crip und, äh, ja, Durchschnitt. Und hier machen wir auch natürlich Outrace rein. So, dann habt ihr jetzt die Auswahl zwischen zwei Setups. Einmal ein bisschen crippiger, vielleicht auch besser zum Lernen und einmal dann eins ein bisschen anspruchsvoller, was aber ein bisschen mehr Topspeed generiert. Ich denke auch mal, das Topspeed-Setup wird auch das sein, mit dem man eher die Top-Zeit setzen kann. Aber zum Üben ist dieses auch nicht schlecht. Und, äh, ja, ich wähle das jetzt aus und baue es auch ein. Da seht ihr auch gleich, äh, ja, das Auto ist ein bisschen schwerer. Das liegt daran, dass, ähm, ich hier auch Überrollkäfig und alles drum und dran drin habe. Das Auto ist ein bisschen steifer. Ähm, ist halt jetzt ein richtiges Rennauto, wenn man so möchte. So von der Optik her mit Überrollkäfig und Flügel und allem drum und dran. Ähm, geht ja auch nochmal eins zurück. Und wir haben jetzt nur noch knapp fünf Minuten. Es ist, äh, ja, muss ich richtig Gas geben. Also hier, so sieht es jetzt aus, das Fahrzeug. Also ein bisschen mehr nach Rennwagen. So, jetzt gehen wir mal ganz, ganz schnell hier. Ah, und auf Road America. Wo haben wir es denn? Ein bisschen rüber. Hier haben wir Road America. Ähm, ja, wir machen mal kurz von den Zeit-Besten-Listen. Warte mal, ich will mal meine eigene Zeit mit dem Aston attackieren. Hier, äh, was wir aber wahrscheinlich nicht schaffen werden. Aber ich mache es jetzt trotzdem mal. Und, äh, wir starten das Ganze gleich direkt. Und, ja, wir wählen jetzt hier diesen Audi aus mit dem Crip-Setup. Werdet ihr auch gleich feststellen, dass es um die Kurven etwas schneller geht. Ja, also ich habe ein paar Punkte gesagt, ein paar Tipps gegeben. Ähm, gegebenenfalls, wenn ihr nochmal etwas ausführlicher Tipps haben wollt, wie man was fährt oder, oder sonst was, würde ich euch einfach mal empfehlen, bei uns auf ein Teamspeak zu kommen. Da bin ich relativ oft, äh, anzutreffen. Und da können wir gerne mal so, äh, ein bisschen zusammen fahren. Und da kann ich dir auch vielleicht ein paar Tipps geben. Da gucke ich dir mal ein bisschen zu über die Schulter. Was machst du gut? Was machst du falsch? Und da kann ich dir vielleicht ein paar Tipps geben, was man besser machen könnte bei deinem Fahrstil. Und, äh, ja, ich denke mal, dass man in kürzester Zeit auf jeden Fall sehr, sehr gute Sprünge machen kann in Forza. Wenn man einfach nur ein paar Tipps beachtet und selber an sich arbeiten möchte, da kann man echt richtig, richtig schnell werden. Wie gesagt, ich habe auch mal irgendwann angefangen und war ganz bestimmt nicht, äh, der schnellste auf dem, auf dem Feld. Oder auf der Strecke, besser gesagt. Und, ähm, ja, jetzt geht es erstmal los. Wir fahren hier, wie gesagt, das Crip-Setup. Das ist, ähm, ja, ein bisschen Crip-iger. Und, äh, dafür nicht ganz so schnell. Auch in der Beschleunigung nicht. Aber, ja, man kann natürlich, wenn man ein bisschen mehr Crip hat. Das ist auch mal zur Erklärung. Warum kann das Crip-Setup fast genauso schnell sein, wie das Speed-Setup? Äh, das liegt einfach daran, dass man natürlich viel mehr Geschwindigkeit durch die Kurven mitnehmen kann. Und somit muss man zum Beispiel 5 bis 10 kmh vielleicht gar nicht mehr beschleunigen wie das andere Setup, weil man dann einfach mehr Speed aus den Kurven mitnimmt. So, das mal zur Erklärung. So, hier ist es natürlich auch wichtig, einen richtigen Bremspunkt zu erwischen. Also hätte ich ein bisschen später bremsen können. Aber jetzt auch die Bremspunkte nicht gerade nicht so perfekt im Kopf, muss ich ehrlich sein. So. Das ist so die schwierigste Kurve hier. Also wenn ihr die könnt, dann ist schon mal gut. So, alles noch in der Einführungsrunde. Reifen sind mittlerweile schon warm. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier eine gezeitige Runde noch hinkriegen. Das wäre ja echt peinlich. Das erste Race-Format, wo ich nicht mal eine Zeit schaffe. Das wäre natürlich super scheiße. Das wollen wir natürlich nicht haben. So, hier ein bisschen anbremsen. Und okay, das war ein bisschen zu früh angebremst. Ja, also merkt schon, so perfekt fahre ich auch noch nicht. Aber ich habe jetzt auch im Vorfeld nicht so richtig geübt. Ich habe die zwei Setups vor einer Woche oder so erstellt. Noch vor Project Cars. Und jetzt bin ich hier zum ersten Mal wieder in Forsa unterwegs. Neben Project Cars. Und ja, was halt direkt auffällt, die Steuerung ist natürlich viel geiler hier. Das macht auch wieder richtig viel Laune. Aber ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen, hier eine gute Zeit zu setzen. Vielleicht hätte ich im Vorfeld auch nochmal zwei, drei Runden fahren sollen. Aber naja, egal. Live und ungeschnitten für euch. Das heißt, umso mehr Verbesserungspotenzial für euch am Ende. Und am Schluss, wie gesagt, wenn dieses Race-Format endet, schauen wir uns auf jeden Fall auch nochmal die besten Listen Zeit an, wenn es denn eine gibt. So, jetzt fahren wir mal eine schnelle Runde. Und ihr seht schon, ja, der Aston hier, den ich aufgebaut habe, der hat schon ein bisschen mehr Speed. So, dann müssen wir mal hier rechtzeitig bremsen. Aber wir kommen mal ein bisschen zu weit raus. Kommt der Aston jetzt hier gerade besser durch. Aber ich versuche jetzt einfach mal hier die Runde eine Zeit zu setzen. Und ja, ihr seht schon, Topspeed-technisch ist dieses Setup halt nicht das Wahre. Vor allem nicht gegen den Aston Martin da vorne. Der ist nämlich wirklich ein Highspeed-Wunder, muss man sagen. Der geht richtig ab. Aber wie gesagt, wir fahren jetzt hier mal mit dem etwas einfacheren Fahrzeug. Hier wieder zu früh gebremst. Und jetzt die Kurve auch nicht so besonders angefahren. aber gut. So, muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Deswegen bin ich ein bisschen stiller jetzt. So, die Kurve da unten, da fährt man ein bisschen das Bergabstück. Da muss man auch ein bisschen aufpassen beim Anbremsen, dass ihr da, äh, nicht zu spät bremst. So, und die Kurve ist eigentlich auch relativ geil zu fahren. Vor allem hier mit diesem Crip-Setup. Da kann man hier richtig fliegen lassen. So. Ja, ihr seht schon, der Essen fährt hier richtig weg. Ja, die Kurve kann man ein bisschen besser fahren noch. Da bin ich jetzt einfach nicht geübt drin. Also, was halt auch ein ganz, ganz großer Tipp von meiner Seite ist, fahren, fahren, fahren auf einer Strecke mit einem bestimmten Auto. Einfach rantasten. Einfach gucken, äh, wo ist mehr möglich, äh, wo kann ich ein bisschen mehr rausholen. Und, äh, ihr werdet automatisch merken, dass ihr von Runde zu Runde besser werdet. Das ist einfach so. Ähm, ich weiß nicht, jeder von euch wird vielleicht schon mal auch einen echten Leihcard oder so gefahren sein. Und da ist auch dieses Prinzip einfach. Am Anfang traut man sich nicht so viel zu. Und später traut man sich halt einfach mehr zu. Und dann wird man einfach immer schneller und schneller. Und das ist einfach auch die, ähm, ja, das solltet ihr hier auch versuchen. Versucht nicht, Hals über Kopf hier irgendwas zu, 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 zu brechen, sondern einfach Schritt für Schritt einfach sich herantasten an die Strecke. Und dann ist, äh, auf jeden Fall auch was möglich. So, ich bin jetzt eine 19.575 gefahren. Das ist natürlich eine richtig schlechte Zeit. Aber ich lasse die jetzt halt einfach mal so stehen. So, siehste, wenn da die Kurve ein bisschen besser fährt, dann kann ich hier auch ein bisschen Schritt halten in den Kurven. Mit dem Ästen. Komm, hier. Ja, beim Rausbeschleunigen zieht er mir dann wieder weg. Komm, ich fahre jetzt noch eine Runde. Gibt halt eine bisschen längere Folge heute. Weil ich setze da jetzt nochmal ein bisschen eine bessere Zeit hin. Ich versuche es zumindest mal. So, zweiter Gang. Uh, bisschen zu weit raus. So, die Kurve, wie gesagt, ist ein bisschen schwierig. Da muss man schon vor diesem, von diesem Schild sozusagen abbremsen oder anbremsen. Dann geht es schon. So, fast eine Sekunde schneller schon wie in der Runde zuvor. So, jetzt hier früh aufs Gas. Und durchbeschleunigen. Fünfter Gang. Uiuiui. Sieht schon ein bisschen besser aus hier. So, jetzt hier. So, jetzt hier. So, jetzt hier. So, jetzt hier. 1,1 Sekunden aktuell. Sind wir schneller unterwegs. Uiuiui. So. Ja, dann wird es nochmal ein bisschen eine bessere Zeit. Aber die ist mehr als schlagbar auf jeden Fall. Also, ich bin mal gespannt, was ihr so für Zeiten da rausholt. Natürlich müsst ihr nicht meine Setups verwenden. Da kann man natürlich auch nochmal ein bisschen selber was machen. Also, eine 18.182 sind wir jetzt gefahren. Hier nochmal der Bremstest hier. Zack, zack. Und ganz am Schluss bei 100% quietscht da nochmal kurz. So, das war es jetzt. Ich beende das Ganze jetzt hier. Eine 18.182 gilt es jetzt am Anfang zu schlagen. Ich denke, das wird kein Problem sein. Ich schätze mal, wir werden hier mit dem Audi am Schluss bestimmt Zeiten sehen, die so die 2.15er-Marke oder so kratzen. Oder vielleicht auch noch schneller. Man weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, was für Zeiten ihr setzt. Ich beende das Ganze jetzt. Speichere dann noch das Replay ab. Und ja, sage schon mal, vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Däubchen nach oben freuen. Und ansonsten würde ich einfach an alle Leute da draußen sagen, übt, übt, übt. Die Leute, die da noch nicht so sicher sind. Wie gesagt, die Kombination mit dem Auto und der Strecke, da kann man echt richtig viel Spaß haben. Und ja, kann viel lernen auch noch. Also, ich bin auf jeden Fall jetzt raus. Bedanke mich und sage Tschüssi. 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 Tschüssi.